Hallihallo liebe Sternfreunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play mit Universe Sandbox 2, unserem Sonnensystem Simulator. Heute geht es im Wesentlichen mal darum ein Gefühl dafür zu kriegen, was eigentlich groß ist. Also wir leben ja in unserem Sonnensystem, in der Mitte ist unsere Sonne, acht Minuten, Lichtminuten von uns entfernt und für uns natürlich ein sehr großes Objekt. Für viele ist schon die Erde ziemlich groß, wenn man sich die anschaut und wir darauf leben und dann bis zum Horizont schauen können. Aber wer sich das Universum mal anschaut, der wird relativ schnell feststellen, dass unser Sonnensystem eigentlich was ziemlich Kleines und Mickriges ist und das wollen wir heute mal mit Universe Sandbox ausprobieren. Damit die ganze Geschichte funktioniert, muss ich natürlich auf jeden Fall erstmal auf Pause drücken, weil alles was ich hier gleich reinsetzen werde, hat natürlich eine eigene Gravitation und würde unser Sonnensystem einfach mal so eben auseinander hauen. Und deshalb werden wir heute den ganzen Spaß mal ein bisschen ohne Bewegung machen, sondern werden uns einfach mal anschauen, was wirklich groß heißt. Was heißt wirklich groß? Universe Sandbox stellt uns so ein paar Sterne zur Verfügung, die wir uns einfach mal einfügen können. Als erstes ist hier natürlich unsere Sonne angegeben mit 695.500 Kilometern im Radius. Es gibt aber noch viele andere Sterne, die die hier eingebaut haben und die können wir uns natürlich mal angucken. Also schauen wir einfach mal auf einen Stern wie Wolf 359, denn sehen wir, dass der relativ klein ist. Der hat eine Masse von 94 Jupitern, also 94 Jupitermassen und hat nur einen Durchmesser von 111.000 Kilometer, ist also wesentlich kleiner als unsere Sonne. Können wir uns aber einfach mal daneben setzen und schauen uns den doch im Vergleich mal an. Und da sieht man schon neben unserer Sonne, der ist ziemlich mickrig unterwegs. Es gibt aber noch ganz andere Objekte und die wollen wir jetzt einfach mal so nach und nach hier mit reinsetzen. Gehen wir mal durch. Wir haben hier Proxima Centauri, also der nächste Stern zu unserem Sonnensystem, ist aber kleiner als unsere Sonne. Der nächst größere wäre denn schon Sirius als hellster Stern am Himmel. Und wenn ich Sirius einfach mal zwischen Wolf und unsere Sonne setze, dann kann man hier schon wirklich im Größenvergleich sehen. Oh ja, Sirius hat schon eine zweifache Sonnenradius, ist also doppelt so groß wie unsere Sonne. Und das Schöne an Universe Sandbox ist diese Chartfunktion, die habe ich im letzten Video auch schon mal kurz angesprochen. Da kann man natürlich dann mal schauen, wie groß jetzt eigentlich die Objekte in unserem Sonnensystem im Vergleich dazu sind. Also wir haben hier Sirius reingesetzt, das ist unsere Sonne. Hier irgendwo ganz hinten ist dann auch unsere Erde. Da können wir mal kurz reinscannen. Das ist Saturn, Uranus und neben Uranus ist dann unsere Erde. Nein, jetzt habe ich die Venus erwischt. Hier ist unsere Erde, sehe ich hier drüben gerade und unsere Erde im Gegensatz zu den anderen Planeten oder unserer Sonne ist schon relativ klein. Was hier zwischen noch auftaucht, wo jetzt blöderweise Sun dran steht, also Sonne dran steht, ist der Stern Wolf 359, den wir reingesetzt haben. Und bei Sirius sieht man jetzt schon, dass hier schon die Größe wirklich zunimmt, ziemlich stark zunimmt. Gehen wir aber mal wieder raus, denn den Spaß, den wir uns machen wollen, ist, dass es hier noch wesentlich größere Sterne gibt, die wir jetzt mal mit reinsetzen. So haben wir zum Beispiel neben Sirius hier auch Arcturus, also alle Sterne, die man so kennt. Und ab dem Sternriegel wird es eigentlich wieder interessant. Da sind nämlich die Durchmesser plötzlich massiv größer. An einer Größe hat hier drin, überschreitet also schon die, ja, Merkur-Bahn, wenn ich den in eine Mitte setzen würde, überschreitet damit schon die Merkur-Bahn und ist also schon ein ziemlicher Brummer jetzt bei uns hier drin. Überall strahlt natürlich jetzt mit seiner Helligkeit auch alles. Deswegen ist es hier so stark beleuchtet. Geht aber noch größer. Wir haben nämlich noch ein paar andere Sterne. So zum Beispiel auch Beta-Geuze, den kennt man auch. Aldebaran ist hier noch mit drin, hat aber nur 1,7 Sonnenmassen. Ein Durchmesser von, ja, jetzt schon 3 Millionen Kilometer, 30 Millionen Kilometer im Radius. Sortiert sich also irgendwo zwischen Riegel und unserer Sonne an. Können wir hier unten mal einfach mit reinsetzen für den Chart später, damit wir natürlich dann auch mal schauen können, wie denn der Vergleich so zustande kommt. Nehme ich Beta-Geuze mit rein, sind wir schon erstmal in ganz anderen Dimensionen unterwegs. Ihr seht schon, wenn ich Beta-Geuze in die Mitte setze, dann sind wir schon fast bei der Jupiter-Bahn. Das ist also schon, ja, ein Riesenstern, der jetzt da mit reinkommt. Wir kommen aber noch ein Stück größer, indem wir uns nämlich die anderen Sterne auch noch mal angucken. Ab jetzt wird es erstmal wieder ein bisschen kleiner. Ihr seht, Beta-Geuze hat schon 4,42 AU, also astronomische Einheiten, die den Abstand definieren zwischen Erde und Sonne. Also der Radius von Beta-Geuze ist schon viermal so groß, wie der Radius, wie der Abstand Erde zur Sonne ist. Und wenn wir uns jetzt die anderen Sterne hier noch angucken, dann seht ihr in der Auswahl haben wir jetzt noch Antares. Den kennt man vom Sternenhimmel auch. Ist ein Ticken kleiner als Beta-Geuze. Ich setze ihn trotzdem mal rein für unseren Chart, denn ihr seht hier unten immer noch die Jupiter-Bahn und die Saturn-Bahn. Daran kann man sich so ein bisschen orientieren. Und wenn wir jetzt wirklich auf die, ja, Riesensterne gehen und die uns jetzt hier noch mit reinsetzen wollen, dann gehe ich hier nochmal auf Sterne. Scroll jetzt mal ein Feld weiter und habe jetzt hier noch zwei Sterne, die wirklich, wirklich, wirklich groß sind. Also zum einen habe ich hier Canis Maiores als Stern noch mit drin, hat 6,6 astronomische Einheiten im Radius. Und wenn ich den reinsetze, dann seht ihr, es wird schon alles größer. Da sind wir schon weit über im inneren Sonnensystem hinaus mit dem Radius. Und den letzten großen Stern UY-Scutty setze ich auch noch rein. Da sind wir bei 7,94 AU. Also noch einen Ticken größer. Und daran kriegt man schon so leicht ein Gefühl, wie eigentlich denn die ganze Geschichte aussieht. Ich springe mal in den Chart hinein. Momentan ist alles noch nach Masse sortiert. Wir sortieren uns die ganze Geschichte jetzt mal um nach Radius. Und dann seht ihr schon, wo wir sind. Also wir haben hier Scudgy mit drin. Wir haben hier Canis Maiores mit drin. Wir haben Beta Goetze hier mit bei. Antares ist hier mit bei. Hier unten findet man jetzt die kleineren Sterne, die trotzdem schon wesentlich größer als unsere Sonne sind. Also Riegel und Aldebaran ist jetzt hier mit bei. Und jetzt probiere ich mal wieder irgendwie zu unserem Sonnensystem zu kommen. Da ist Sirius. Da können wir jetzt reinscrollen. Nicht zu weit. Da ist Sirius. Und neben Sirius steht unsere Sonne. Das heißt, hier ist unsere Sonne. Da ist Sirius. Daneben ist Aldebaran. Und wenn ihr euch jetzt mal so ein bisschen im Auge behaltet, was Aldebaran schon für eine Größe hat, dann werdet ihr schon ein Gefühl dafür kriegen. Hier ist jetzt Antares. Und neben Antares ist denn Beta Goetze. Und neben Beta Goetze Canis Maiores, Scotty, also Scuddy, Canis Maiores haben wir hier mit drin, Beta Goetze. Und Antares natürlich denn als die Megasterne, die dann wirklich ja um ein Vielfaches größer sind als unser Sonnensystem. Und damit soll es eigentlich auch schon gewesen sein, um euch mal so ein bisschen Gefühl dafür zu kriegen, wie groß eigentlich die Sterne sind. Ich werde die Sterne im Blog auf jeden Fall noch mal ein bisschen beschreiben, sodass ihr auch eine Liste denn dabei habt aus diesem Video her. Und ich hoffe, dass euch das Video so ein bisschen gefallen hat. Ansonsten lasst doch einfach ein Like da. Ihr könnt es natürlich auch kommentieren. Und ich wünsche euch noch viel Spaß. Habt ein schönes Wochenende. Und hoffe, dass wir uns bald hier in meinem YouTube-Kanal wiedersehen. Bis dann. Euer Stefan. Ciao. 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 Vielen Dank.